Unter dem Hashtag PasstNatürlich beantworten unsere Schuhexperten oft gestellte Fragen rund um Kinderschuhe und Füßemessen. Bei Kinderschuhen geht es ja in erster Linie um die Passform und immer wieder fällt ja dieses Logo auf WMS. Was heißt das eigentlich? Ja, es wirkt immer so, als würden sie wahnsinnig schnell wachsen. Im Schnitt wächst tatsächlich ein Kinderfuß 1 bis 1,5 Größen. Darüber hinaus liefern sie weitere wertvolle Informationen und Einschätzungen. Die Kinder barfußlaufen, solange es irgendwie zu vertreten ist. Die Sonne lacht, der Frühling kommt. Worauf muss ich denn da bei Kindersandalen achten? Folgt uns auf Instagram und YouTube und Facebook. Vielleicht auch an den kleinen Bruder oder an die kleine Schwester weitergeben kann. Wie sieht das aus mit veganen Schuhen? Die werden doch immer, immer mehr im Moment gefragt. Das heißt, die verwechseln irgendwie links und rechts. Wie kommt das denn? Tja, dann fällt das Kind stolpert und läuft in den nächsten Wochen nicht. Und schickt uns eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.